Die Armeen des Westens bereiten sich in den Ruinen der Wetterspitze auf ihre letzte Schlacht vor. Hier feierte vor langer Zeit der Hexenkönig einen schrecklichen Sieg. Damals, als die nördlichen Armeen der Menschen zermalmt und der Turm von Amon-Sul zerschmettert wurden. Nun wird der verwitterte Fels dieses Ortes Zeuge einer letzten verzweifelten Schlacht, denn es gibt keinen Kommen vor den anstürmenden Armeen der Dunkelheit. Und, naja, forever alone, ey. Und deswegen nehme ich auch gleich den passenden Charakter dafür hier. Die Trantüte. Das ist euer Ziel, Jungs. Weg damit! Man sieht schon, geile Map, geiles Aussehen, geile Schlacht. Und jede Schlacht braucht natürlich einen Olifanten und einen Troll, 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 Troll. Ich glaube, das hier wird jetzt die Special Mob Folge. Voll Mob Folge. Nee, wer ist das? Egal. Fahrzeuge. Gefährten. Hier. Hoch. Wir können jetzt sogar rumschießen und alles machen und jetzt dollern wir einfach mal hier durch. Tja. Tja. Ihr könnt nicht das, was ich kann. Ach, wie eigentlich okay das ist. Bam. Alter, ich liebe den Olifant. Das geht ja so schnell kaputt. Der Olifant kommt natürlich hier nirgends hoch. Der ist so fett. Der kommt hier. Also, ich kann das mal ganz kurz zeigen. Oh, hat er gerade Menschen zertrappelt. Der kommt hier nicht hoch. Da kann man machen, was man will. Der ist einfach viel zu fett und zu träge dazu. Aber, wir können hier unsere eigene Solaten töten, ne? Jui. Ja. Lustig, fröhlich. Können wir uns einfach unsere eigene Orks plattrampeln. Ich würde sagen, wir machen jetzt so lange, bis der fast tot ist und dann steigen wir einfach ab. Boah, wenn er... Nein, ich will uns die Orks übertrampeln. Lass mich. Spiel, bitte. Oh, ja. Das will ich sehen. Zerstörb das, ihr Maden. Schade. Ich bin das so lustig, wie jetzt Trampeln war. Ha, 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 ha. Scheiße, ich soll jetzt langsam absteigen. Egal. Learning by doing und bis zum bitteren Endos. Gut, ne? Bisschen Gegner killen, ja. Ja, wir haben den Magier doch mitgerissen. Yeah. Na, dann nehmen wir hier mal den... Na, den Haring oder den schmierigen Kerl? Ja, das meint ihr. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal den schmierigen. Worauf wartet ihr noch? Zerstört es! Ja, ja, aber bin ja dabei. Bin ja dabei. Ich kann halt nicht so schnell. Oh, das will ich auch fassen. Das ist toll, dass es dem sehr unschneiden Verzug keiner Punsch eingetroffen zu werden. Als es gar kein Stein ist und eigentlich... Es ist eigentlich... Es ist... Ja, hier. So. Wunderschöne Szene. Tut mir leid. Du kannst leider nicht springen, Träune. Danke schön, dass du mir den Rücken frei hälst. Das Dream Team. Nein, ich lasse nicht zu, dass die ich töten. Ja. Nein. Lass die in Ruhe. Tja, gib mir fünf. Und bam. Tja. Mich. Oh. Oh. Mich tötet ihr nicht. Aber wie man sieht, ähm... Das ist natürlich ein ganz lustiges Gimmick. Wenn man hier diese Dinger hier zerstört, diese... Dann kriegt man auch die Punkte. Also den jetzt nicht, da muss ich doch den da drüben zerstören. Zum Beispiel da drüben bei den Zelten, da. Da, da. Da ist jetzt die rote Fahne. Und wenn ich das jetzt hier vernichte noch, dann kriege ich da auch die rote Fahne. Das spawnt auch Orcs. Das finde ich eigentlich ganz lustig gemacht. Ah, gut. Das war Vollheilen hier. Dann gibt's weiter. Das will ich mir allen die Führerschaft geben. Aber man, ich will auch diesen beidhändigen Schlag ausführen. Nein, ich wollte das gar nicht machen. Pass mich durch. Bisschen hochheilen. Finde ich super, halt. Ich bin mir den Rücken frei. Oh, 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 oh. Das war gerade der erste Leck, glaube ich, den ich so eine letzte Welt hatte. Ne, ich hatte schon noch das Leck, aber egal. Nein! 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 Nein, ich meine Glatze! Meine Glatze! Nein! Ach, fickt schon. Ja, das bohrt wieder hinter mir. Ja, ist klar. Ist klar. Ist klar. Hör, dieser scheiß Camper, ey. Pff, pff, kann ich das von dir ausnehmen? Jetzt sind wir bei jeder Sniper hier. Los, schneller. Ich bezahle dich nicht fürs Rumtrödeln. Ich bezahle dich hier gar nicht, aber... Mach's einfach. Do it. So, talalala, ey. Ein Fahrstuhl hätten sie aber auch einbauen können, ne? Ja, jetzt sieht man schon, dass es so eine kleine Camper-Ecke hier oben ist. Man kann sich natürlich lustig, fröhlich hinstellen und hier alles abballern. Solange man natürlich nicht getroffen wird von irgendeinem Stein. Ah, hier ist auch gerade safe. Oh, scheiße. Ah, hier ist die Linie. Nein! Egal, wir haben es geschafft. Super. Geil. Ich glaube, jetzt sind wir mal bei den Krieger hier, ne? Hier. Jetzt sieht man, da hinkommen. Also, das, was man gerade nicht sieht, sollte man eigentlich gesehen. Da ist, es ist auch eine rote Fahne, wenn wir da erstmal hier so die Kurve jongen. Wo ist das sehr geil gemacht hier in der Map? Gefällt mir aber wieder. Da, rote Fahne. Nee, 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 nee. Das ist mein Kumpel hier. Der habe ich beim Bier trinken kennengelernt. Ich will diesen Vorposten, ihr Mann. Also schafft er diesen Hausauf am Alz. Geskillte, scheiße hier. Au. Ähm. Nein. Oh, je. Also, jetzt schwer ist es übeln, sie, sie dir zu töten. Ha, Heilung, Heilung, Heilung. Danke. Super. Ach, du scheiße. Wir brauchen ihn, um die Oberhand zu behalten. Ähm. Was ist eigentlich mit diesem Level los? Ich glaube, es ist jetzt kaputt, steine. Keine Sorge, ab Ende Mai wird es besser. Wir brauchen ihn, um die Oberhand zu behalten. Habe ich da einen kleinen Aufrüstungsboost hier? Hier, Alphine, die ich von Peace kennen, das ist dann wie Gear 2. Das läuft dann hier wie Schwitzkatze. Och, du scheißer. Fick dich doch, ihr Europäens. Hä, wo ist hier vorne? Wo ist hinten? Ja, danke schön, ey. Nur in der Überzahl hier, die Kunden. Ich will diesen vorposten, ihr Madden. Also, schaff, ja, dann besorge ich dir doch, ey. Bewege doch mal deinen fetten Arsch aus deinem komischen Generalstuhl oder so. Hier, ich bin der Funkelträger. Ihr könnt mir nichts. Ich bin der Ultimative. Ich bin der Ultimative. Und zack. Wie kann das sein, ey? Diese scheiß OP-Ends. Jetzt stecht hier mal jemanden Stachel rein und dann lässt du das weiße Zeug fallen. Das war ekelhaft und zweideutig, aber es stimmt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was ist denn da los? Das geht ja mal gar nicht. Okay, zeig ich euch das aus, wie ich das mit den Sperren meinte. Ich darf hier leben. Was geht hier ab? Was macht ihr hier? Fette Säcke hier. Vorwärts, vorwärts. Super. Du auch. Ach komm schon. Hä, seid ihr? No, ich höre keine Ahnung. Da hinten spielt die Musik. Ey, wir sollen das Ding... Ach du Scheiße. Hört doch offen an die Hände zu sparen. Wir brauchen ihn, um die Oberhand zu behalten. Alter, setz doch deine Hand woanders an. Junge. Kack, oh P. Was ist denn das da? Ja, dankeschön. Seid standhaft, Alter. Knack ins Herz. Ich will diesen vorposten, ihr Mann. Also schafft er diesen Abschau vom Hals. Schaff ich... Schafft ihr doch mal was selber vom Hals, ey. Ja, was ist denn das? Ja, Heilung. Dankeschön. So, jetzt reicht's mir. Erober den Torbosch. Ja, lass mich doch. Alter. Boah, jetzt nehm ich das DDoP-Charakter. Jetzt ist mir jetzt vollkommen egal. Jetzt hau ich die alle aus der Entfernung weg. Ich will diesen vorposten, ihr Mann. Also schafft er diesen Abschau vom Hals. Hey, Kollege, warte auf mich. Hey, hier, komm. Komm, ne, hier. Bischof Reinen sind alle unsere Krieger tot. Äh. 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 Ähm. Ja, also. So, ich meinst du, hier steh' ich auch offen. Du gefällst mir nicht. Amobert den Vorposten. Ihr brauchen ihn, um die Oberhand zu behalten. Ach, Alter, wie lächerlich ein Schaden das macht. Diese scheiß Feilresistenten. Ja, weich doch auch noch aus, du Asi. Ich will diesen Vorposten, Herr Mann, also schafft er diesen Abschau vom Hals. Wir sind einfach nur bei Rekade, so. Und die Trolle gehen hier auch nicht aus dem Knick, ey. So. Gott sei Dank ist der Mehrfachschuss einfach mal zählen so gut. Ja, was war das grad? Mach ober den Vorposten. Wir brauchen ihn, um die Oberhand zu behalten. Mann, ich will wieder diese Minus Moria macht. Dieses Amulett-Urb. Ach, haut. Äh. Ja. Danke. Ich will schon mal, was du mit der Aufklärung dran hast, das Spiel. Ich hoffe mal nicht. Ja. Ach, nö. Nö. Ja. Asi. Ja. Was soll denn die Scheiße? Okay, wir sind jetzt gleich wieder. Mein Kaffer ist tot. Das war's, Jungs.